Musik 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 Ah so den Generator, wo pack ich den Generator mal hin? Keine Ahnung, kannst du an die Kapsel machen oder so? Ja Wo willst du das jetzt hin haben? Na da, wo die zwei freien Dinger sind Hier rechts? Ja genau Die eine Batterie, die wir jetzt haben, die packe ich mal auch an die Kapsel so Und dann habe ich jetzt nicht noch zweimal hart Mal gucken, da können wir auch noch was mitbauen Sondern dann fange ich schon mal an ein bisschen Dings haben uns da zusammen Ja Ein bisschen organisches Schade ist der Generator sich das nicht automatisch so wegnimmt Mach ich jetzt hier ein paar kleine Ich würde mir mal ein bisschen gemischt, dann kann ich ein bisschen noch ein paar verbinden Fällt die der Lauf? Nö Geht auf jeden Fall Guck mal da ist noch Harz, wenn du brauchst Ne grad nicht, ich such grad gemisch Ich hab schon was gefunden Ich hab schon was gefunden Du bist ein Gemisch und hast du schon alles verbraucht? Mh Ne Wieso hast du noch? Achso im Loch, oder? Hat man noch was? Mhm Das ganze Loch ist fast voll Okay Gut zu wissen Weil hier wieder ein bisschen ebnen Hört sich wieder an wie Sandsturm Ja Äh diesmal kommt er Oh fuck Oh fuck Tatsache Ich muss aber mal hier an Ich buddel mich mal ein Mhm Also ich hab festgestellt manchmal kommen Sandstürmer ohne Klötzer oder manchmal mit Okay Aber wir haben schon ne Batterie Mhm Hat mir nen Tunnel gebaut, so Nö Ja diesmal scheint er ohne Klötzer zu sein Naja ist mir trotzdem Das sind zu gefährlich Ja In der Zeit kann ich mir immer Verbinder bauen Jetzt legt das nicht wieder Guck hier nur gerade wo ich ein schönes Loch buddeln kann Für das organisch Machst du da einfach mit rein? Dann mach ich das Loch ein bisschen größer So So Wollen wir uns mal wo waren hier die Höhle? Weißt du das noch? Hier drüben glaube ich Guck nochmal Ich glaube die war hier drüben Ja Ja hier drüben Okay Dann bauen wir hier mal Verbinder hin Weil dann können wir schon mal in der Höhle weißt du? Hm Ich habe auch noch ein paar Verbinder Mit Soll ich schon mal so ein organisches in Generator machen? Ja mach mal So mit T platziert man die ganzen Verbinder Das ist Aber das sagen wir einfach im Tutorial Ich hätte ja auch noch Energie Die hängt hier so in der Wand Ich könnte mir gleich mal abbauen Schade das ist eigentlich das organisch lässt sich verdammt schwer abbauen aber die Batterie ist schon lange voll So wo warst du jetzt? Äh du musst einfach nur mal die Verbinder folgen Zwar also nicht ähm Da wo wir das erste Gemisch und Harz abgebaut haben Also da Oh ich habe keine Verbinder mehr Ich habe noch welche an, wenn du welche brauchst Jo Na wenn nicht machst du einfach weiter Ich erstmal so, du bist hier rechts ab und lass die wieder genau Jo Guck Was kann ich denn eigentlich mit Harz machen? War da irgendwas mit? Ne mit Harz kann ich ja nichts im Invent haben Okay Harz? Keine Ahnung Ne war nicht, ist gut Wenn nicht schmeißt du mir einfach die Verbinder raus, dann Kann ich auch tun Oh du gibst du mir einfach ins Inventar? Ja Das ist natürlich auch cool, dass du mir die einfach ins Inventar... Oh hier geht es ganz schön tief runter, oder? Ähm, ja Ja Aber hier rechts sehe ich auch schon, wenn du schon wieder Hydrazen und bist Stimmt, da ist Hydrazen, ne? Und hier geht es doch ganz schön tief runter Ohhhh Bist du tot? Ne Aber hier ist Aluminium-Erz Ich kann dir da auch nichts runter bauen, ne? Was verbunden Warte mal, vielleicht kann ich ja was hoch bauen So Na, das musst du noch ein bisschen ausbauen, du Oh, du brauchst Sauerstoff, ne? Ja Warte mal Ha Hahaha So gut? Hm, warte Aua, das sind Stacheldinger What? Wo? Hier unten Wow! Da werden wir auf jeden Fall nicht hochkommen, du Das hier? Das hier? Aber ich lass die Dinger hier mal sterben, lass die mich peaken Aber ich lass die Dinger hier mal sterben, lass die mich peaken Und dann baue ich mal gleich das Aluminium-Erz ab Also wir kommen jetzt hoch Oh fuck, ich war's tot Alter Dann baue ich mal hier ein bisschen ab Mhm Ich hab keine Verbinder mehr Und dann baue ich mal Und dann baue ich mal Ich hab' das nicht Ich hab' das nicht Oh, ich hab' das nicht ist das jetzt gewesen sein ja forschung war hier nicht oder so forschungen oder so war hier bisher noch nicht mehr hat man nichts gesehen hier ist hydrazen aufsuchen war noch nicht wenn man von teufel spricht hast du was gefunden dave ja oh ja ich hab auch was gefunden eine schubdüse habe ich gefunden also man sollte zumindest hochkommen wenn das geht also man sollte hoch also ich konnte hochgehen ich war schon mal oben wieder echt ja du musst hier hoch also ich bin oben gut mit mir aber man kommt hoch wenn ich kann was ja ja es geht ja zur not ich hatte glück dass ich da erst nicht gestorben als ich runtergebracht bin mal gucken was ich mit der schubdüse machen kann kann ich die Umwohnung platzieren ja sehr geil was ist nicht schub dieser keine Ahnung na die Katze schub geben mit ha 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 ja es ist solana die da statt hier einfach die verbindung einfach quer durchgemacht das war noch am anfang gut dann musst du jetzt gucken was wir geforscht haben achso ein truck oh ja warte ich habe auch noch aluminium mit inventar glaube ich zumindest kannst du drauf machen ich baue mal den den hat die handelsplattform dann als ob ich habe doch aluminium eingesammelt wo ist das sind ist nicht wird bei mir nicht angezeigt ertrag nur recht okay wir können also alles handeln ja anscheinend hast du schon die handelsstation die steht hier da können wir zum beispiel harz oder gemische rein machen und dann oder organisches und dann können wir es glaube ich handeln warte mal ich mache mal was mit gemisch oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube jetzt ist es auf jeden Fall besser, der Aufgang. Auch wenn es trotzdem schwer geht. Was ist das hier? Hydrazin? Ach, Malachid. Hier ist jemand gestorben. Loll, ich habe einen Rucksack gefunden Dave. Wo? Hier. Unten in der Höhle. Echt? Wie hast du denn das geschafft? Weiß nicht, da lag ja einfach. War da was drin? Ja, ich habe jetzt einen Sauerstofftank zusätzlichen. Hier wäre noch Hydrazin und hier wäre noch ein Tank. Also wenn du runter kommst. Jo, ich bin jetzt gleich da. Da sieht er schon mal vielversprechend aus. Wir können auch ein Leuchtfeuer machen und die Höhle markieren. Ich komme mal wieder raus, einfach nur weil mein Rucksack voll ist. Guten Tag. Du musst einfach nur mal den Markierungen und den Verbindungen folgen. Da müsste der irgendwo liegen. Der ist relativ hell. Das sieht man, wenn du dich ein bisschen umguckst da unten. Den Leitungen folgen, ja. Mhm. An der vorletzten Verbindung oder so müsste der sein, der Rucksack. Na, dann gucke ich mal. Oh, wie süß. Oh, hier ist mal Lachit. Mhm. Deswegen mache ich mal einen Rucksack gerade leer, damit ich das mitnehmen kann. Gut, der Grafikfehler ist weg. So, mal gucken, was da noch ist hier, oder? Filter. Ach so. Ein Gemischbräuch für Filter, okay. Für die Leute, die das jetzt interessiert, der Filter ist dazu da, damit man weniger Sauerstoff verbraucht. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Dafür brauche ich Gemisch. Mal gucken, wir haben mal noch irgendwas. Gemisch hast du noch genug in unserem... Ja, ich habe einfach mal ein Gemisch gebaut. Äh, ein Filter meine ich. Damit ich weniger Sauerstoff da unten verbrauche. So, und wir gehen wieder runter. Scheint die Sonne kräftig zu scheinen, war. Ja, die scheint gerade. Ich erhalte schon viel Strom, das sehe ich. Ich habe mal jetzt hier das ganze Aluminium für sich abgebaut. Hast du einen Rucksack gefunden? Ja, habe ich jetzt noch gar nicht gesucht. Warte, der ist hier. Hier, hier, guck mal zu mir. Dave? Hier siehst du ihn? Ah, ja. Da ist auch noch Dynamit drinne. Und... Hydrazin, Dynamit, was will ich damit? Keine Ahnung, was man machen kann. Das ist... Auf jeden Fall ist er dann schon mal nicht schlecht. Ja, ein Tank, ein kostenloser Tank ist auf jeden Fall echt cool. Wir müssen die Löcher wieder schließen hier auf jeden Fall. und am 1 habe ich geschlossen so und ich habe ja gelernt dass ich in deiner so einer pflanze auch so ein ding ist versteckt genau und man dabei fast drauf geht kommen wir erst noch ein grünes an denselben pflanze was die hier um das ist das was forschung ist eine eckige forschung das ist ein geschenk so ein bisschen hier das noch mit erstmal ausfudeln recht ist ja so ein flugzeug drin